Uns hat das hier auch alles betroffen und uns hat das auch extremst beschäftigt und ich bin auch emotional angegriffen. Und wenn man dann natürlich so viel Scheiße liest, dann ist das manchmal natürlich schon so, dass man sich fragt, wie krank ist das eigentlich? Wir kriegen überall Kritik. Wissen Sie, welche Kritik ich mir mal gefragt habe? Wenn ich Journalist wäre, ich hätte mal gefragt, warum findet dann überhaupt noch ein Fußballspiel jetzt gerade statt, wenn Krieg ist? Das ist doch mal die Frage. Warum findet dies statt und jenes statt? Das sind ja erstmal Fragen. Die habe ich nicht gelesen. Die könnten wir uns vielleicht dann auch eher nochmal alle stellen. Die müssten sich ja dann mal alle stellen, ob wir dann in der jetzigen Situation überhaupt Fußballspiele spielen können.